happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei wettrock game ich spiele heute mal wieder free firemix ich werde erst BR Rankage spielen und danach CS viel spaß ok ich würde mal sagen los geht die erste runde wir warten nur noch auf den absprung ich werde jetzt wieder meine spielregel spielen hier und die ist von Bing ich darf nur das einsammeln wo der computer sagt ich soll das einsammeln ich darf die Waffe nicht wechseln dann schauen wir mal was bis weit ist es hier einsammeln das darf ich hier mal so einsammeln und da oben und ich darf und Pilze darf ich so futtern und wenn ich halt jemanden gekillt habe dann darf ich den auch looten das ist so meine spielregel wenigstens schon mal eine Waffe am Anfang du kannst du Angst wo ist denn das zum einsammeln? ach unter uns ok Gibt es hier keinen Pilz? Und wieder reinlaufen. Manchmal, wenn ich auf Wim langlaufen möchte, komme ich an Stellen vorbei, wo ich aus Versehen Sachen einsammeln muss, dann sage ich immer, ja ok, komm, weil ich habe ja den Automatik-Loot drin, damit es immer ein bisschen schneller geht. Oh, eine Max-Dieben, die hätte ich auch gerne gehabt, ich habe hier so Bison, G36 und eine Mini-Utzi. Hier schießt doch einer. Okay. Okay. Noch eine. Ah, hier. F. Ich habe es. Ich habe es. Ich habe es. Ich habe es. Untertitelung des ZDF, 2020 Schnell hoch So, I missed Hat die KI mich erwischt Heute wird es nichts Ja Nichts ohne CS Vielleicht wird hier besser Hoffentlich Okay Wir werden noch eine Runde Die Battle Royale spielen Ranked Weil CS habe ich Keine gefunden Wer mit mir spielen möchte Schauen wir mal Vielleicht haben wir ja jetzt mehr Glück Ich denke mal schon Okay Wo bin ich denn hier gelangt? Boah Shit Wo ist ein Pilz da? Da ist ein Gegner oben Nein, nein Nein Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin bitte stelle eine waffe gehört deshalb glaube ich nicht zu den Haufen aber war genau daneben ich habe es nicht so gut Was hat der schon eingesammelt? Was hat der schon gesammelt? Was hat der schon gesammelt? Was hat der schon gesammelt? ok jetzt rät noch dieser kill schön das habe ich mit jeder waffe gekillt jetzt probieren wir mal den da oben zu killen die kai oder den drachen oder wie nimmt man das den gegner den man beschwören muss jetzt mal schauen ist hier ein kai spieler ist das der mich noch gleich nervt ja 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 Das war. jawoll das darf ich jetzt alles looten? nice ja waffen darf ich ja nicht wechseln schade dass ich die waffe nicht wechseln darf der ist aber viel verloren die sind hier los warum schießen alle auf mich? so das war glaube ich die ganzen sachen ah forscher knopf ok Ok Ok, also das läuft jetzt gerade schon viel besser wie vorhin Obwohl vorhin ließ es auch gut Ich bin ja erst dann gestorben Ich bin ja erst gestorben wo ich mit der Seilbahn gefahren bin Hätte ich das mal lieber nicht gemacht Naja Soll ich da was einsammeln? Warum? Keine Ahnung Ich soll hier Das einsammeln Den Rucksack? Ich habe doch so einen Rucksack schon Hm Soll ich hier dann noch alles einsammeln Mein lieber Scholli Ups Ah, Mensch, schon wieder Was war das? Der Helden jetzt Der Helden jetzt Upsa Und jetzt Drei 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 Das war halt weg. Jawohl, sieg sieg. Ja, schön, noch einer. Wo ist da einer? Da. Geh, Bruni. Schön. Ein schönes Ende. Finde ich. Für mich. 63 Punkte. Juhu. Gut, dann würde ich mir sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.